Hallo und herzlich willkommen beim Pretty Nail Shop 24. Mein Name ist Anna. Hier zeige ich dir, wie du mit ineinander laufenden Farben ein tolles Design auf deine Nägel zauberst. Den vorbereiteten Naturnagel verlängerst du mit einem NBA 13 Natural Tip. Wenn du den Tip in Form gefeilt und angeglichen hast, wird ein Grundiergel auf dem ganzen Nagel verteilt. Lass das Gel 2 Minuten im UV-Gerät aushärten. Als Basis trägst du danach eine dünne Schicht Fiberglasgel Rosé auf. Das Fiberglasgel muss nun ebenfalls in das UV-Gerät. Nun trägst du das Farbgel Silk Baby Pink zur Nagelspitze hin dünn auslaufend auf, lässt es aber noch nicht aushärten. Auf die Nagelmitte gibst du etwas von dem Farbgel Pearly Pastell Lilac. Das Farbgel Purple Dragon kommt auf die Nagelspitze. Mit dem Conat Airbrush Sponge tupfst du die Farben anschließend vorsichtig zu einem Farbverlauf ineinander. Erst jetzt wird wieder für 2 Minuten in der UV-Lampe ausgehärtet. Für einen besonders schimmernden Effekt streichst du dann eine dünne Schicht Farbgel Pearly Pastell Lilac über den ganzen Nagel. Es wird erneut ausgehärtet. Dein Aufbau gestaltest du mit dem Fiberglasgel, das ebenfalls 2 Minuten im Lichthärtungsgerät trocknen muss. Feine deine Modellage nach dem Entfernen der Schwitzschicht in Form. Deinen Farbverlauf verzierst du, indem du einen Jolifin Full Cover Nail Art Sticker 29 aufklebst. Achte dabei bitte darauf, die Kanten gut anzudrücken. Überstehende Ränder schneidest du einfach ab und glättest sie mit einer Pfeile. Um dein Design zu versiegeln, nimmst du den Carbon Colors Topcoat. Denke daran, den Nagelrand gut zu ummanteln. Jetzt lässt du ein letztes Mal aushärten. Entferne nun noch die Schwitzschicht mit Cleaner und lass dich von dem zarten Design bezaubern. Alle benutzten Materialien, Gele und Hilfsmittel findest du übrigens im Online-Shop. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Bis bald, deine Anna. Pretty Nail Shop. Jedes Mal ein Päckchen Glück.